Wie alt bist du? 20 Jahre alt. Wo bist du geboren? Hamburg. Welche Position spielst du? Eins. Was ist dein Vorbild? Mein Bruder. Facebook, Twitter oder Instagram? Instagram. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Tee oder Kaffee? Tee. Fernsehen oder lesen? Fernsehen. Dein schlechtestes Schulfach? Mathe. Dein Lieblingsfilm? Forrest Gump. Dein Lieblingsmusiker oder Lieblingsband? J. Cole. Bist du religiös? Teilweise. Welches Gericht kannst du am besten kochen? Hähnchen geschnetzeltes. Welches ist dein Lieblingsgericht? Steak. Worüber musstest du als letztes richtig lachen? Über einen Witz von meinem besten Freund. Hast du ein Lebensmotto? Kein spezielles, nein. euchi- reverberating?